Willkommen im gelten guten Abend. Wer das Glück hat, eine eigene Wohnung oder ein eigenes Haus zu besitzen, muss das von Zeit zu Zeit immer wieder mal renovieren. Häuser behalten nicht einfach ihre Glanz. Fassaden, Böden, Wände, Bäder und Küchen werden durch natürliche Abnutzung mit den Jahren Renovationsbedürftigen und wirken wegen der veränderten Steine plötzlich veraltet, besonders wenn man lange Zeit nichts erneuert und einen Renovationsstau vorliegt. Angesichts der deutlich höheren Energiekosten tragen sich viele auch mit dem Gedanken, ihre Heizungen zu erneuern und ihre Immobilien besser zu isolieren. Doch das alles ist teuer. Was muss man bei Renovationen für mehr Energieeffizienz und Nachhaltigkeit beachten? Wie behalten wir die Kosten im Griff? Und was braucht es rund um eine Renovation für Versicherungen? Darüber reden wir jetzt mit Hans-Jürg Freund, Generalagent mit Helvetia St. Gole. Als Haus- und Wohnungsbesitzer ist man über Kurzelan mit Renovationen konfrontiert. Fährt man eigentlich besser, wenn man laufen, ein wenig renoviert, oder wenn man so alle zehn Jahre grössere Renovationen vornehmen? So pauschal kann man es nicht beantworten. Es kommt darauf an, wie beispielsweise die Renovierungsnotwendigkeit ist. Es kommt aber auch darauf an, ob man steuertechnische Effekte noch ausnutzen möchte, oder allenfalls Sondereffekte ein wenig kaschieren kann, wenn man ein höheres Einkommen hatte in einem Jahr. Und dann kommt es natürlich auch noch darauf an, von der Verfügbarkeit von Unternehmen, ob man das dann auch dann machen kann, wenn man Möglichkeiten hat. Nach so einer Renovation kann man seine Wohnqualität erhöhen. Allerdings ist man auch mit meistens recht beträchtlichen Kosten konfrontiert. Wie behalten wir die Kosten im Griff? Wenn es eine grössere Renovation ist, dann würde ich empfehlen, dass man ein Bauführer oder ein Baubüro zur Seite züchte, der einem hilft, da zu koordinieren. Denn die Koordination von mehreren Handwerksunternehmen ist immer schwierig, und dort verliert man Geld, wenn es nicht sauber getaktet ist. Und wenn es kleinere Geschichten sind, dann würde ich bei den Unternehmern vergleichen, schauen, wie sind die Angebote, was machen die Unternehmer für einen Eindruck in Bezug auf meine Problemlösung, wie unterstützt sie mich. Jeder, der schon renoviert hat, weiss, bei Renovationen kann immer auch mal etwas schiefgehen. Braucht es um Renovationen spezielle Versicherungen? Wenn man jetzt renoviert, kleinere Bausummen sind meistens in der Privatversicherung schon abdeckt. Aber ich würde auf jeden Fall mit einem Fachmann oder mit einer Fachfrau schauen, bevor man loslässt, was man an Versicherung braucht. Manchmal ist ja auch, dass eine Renovation länger geht, um eine Versicherung für diese Zeit zu reduzieren, wenn ich jetzt an Lagerkosten denke. Also das sind unbedingt die Zusammensätze mit einer Fachperson. Wesentlich einschneider als einfach Böden zu setzen oder wenn neu zu reichen, ist eine Renovation der Heizung. Diese steht bei vielen Wohnungs- und Hausbesitzer angesichts von den stark gestiegenen Kosten für Gas und Heizöl weit oben auf der Prioritätenliste. Zwar bekommt man meistens Subventionen vom Staat, wenn man seine Heizung erneuert und auf erneuerbare Energien umstellt und statt eine Gas- oder Ölheizung eine Wärmepumpe oder eine Erdsonde-Heizung installiert und Immobilien besser isoliert. Der Grossteil der Kosten und verbundene Risiken bleibt aber bei den Hausbesitzern. Was ist bei Renovationen für mehr Energieeffizienz und Nachhaltigkeit besonders zu beachten? Also ganz wichtig ist am Anfang, dass man einmal schaut, dass die Dämmung, die Isolation des Objekts gut ist. Weil es nützt nichts, wenn ich neue Heizung montiere und die Wärmung geht dann wieder raus. Also das ist sicher das Wichtigste. Und dann muss man auch schauen, was ist für mich passend für unsere Ausgangslage, beispielsweise die Lage des Hauses, beispielsweise die Dachform, wenn wir an Solarzellen denken und so weiter. Wie findet man dann heraus, ob sich so eine Umstellung für umweltfreundliche Heizung und energieeffiziente Isolationen wirklich auch rechnet? Da würde ich mit einem Fachbüro zusammenarbeiten, schauen, was geht es am Markt, was sind die Tendenzen. Und es gibt ja dann auch mit zum Teil Subventionen vom Staat sehr interessante Ausgangslagen und Konstellationen. Und da wissen, dass so spezialisierte Planer wissen am allerbesten, was man hier machen muss, können einem helfen, die Entscheidung zu fern. Braucht es mit einer Umstellung auf neuerbare Energie und andere Nachhaltigkeitsmassnahmen? Braucht es dann auch andere Versicherungen? Auch da würde ich unbedingt anschauen, wenn es vollendet ist, weil wenn man beispielsweise eine Erdsonde gemacht hat, dann hätte man ein neues Risiko, dass die Erdsonde kaputt gehen könnte und das kann man versichern. Und darum, je nachdem, was man macht, Einbüro auf jeden Fall mit einer Versicherungsberaterin oder Berater zusammensetzen und dann die Frage klären. Danke vielmals, Hans-Urk, Freund. Auch wenn im Finanzmarkt, wegen der hohen Zinsen, der anhaltenden Inflation, der Konjunkturabschwächung und den geopolitischen Risiken verunsichert sind, hat man gar keine andere Wahl, als sein Geld trotzdem zu investieren. Wenn man das nämlich nicht macht und der Sparbazen einfach auf dem Konto liegen lässt, frisst Inflation am Wert vom Geld. Darum geben wir das nächste Mal den Fragen an, wie man in 2024 mehr Rendite auf seinem Ersparten erwirtschaften kann und dabei ein möglichst optimales Chancen- und Risikoverhältnis erreicht. Mehr dazu erfahren Sie das nächste Mal wieder diesem Geld. Einen schönen Abend.